Ich will mal ganz kurz auschecken, was Säumeke gesagt hat zu dem Ding von mir und dieser Frau. Montana Black geht in die Vollen. Vor einiger Zeit hat er in einem In-Real-Live-Stream eine Frau im Hintergrund mit einem Kind auf dem Arm gefilmt. Die Frau hat ihn verklagt, eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass er diesen Stream nicht mehr als Video-on-Demand zur Verfügung stellen kann. Aber Monte will sich das nicht gefallen lassen. Er geht dagegen vor und hat mir ein Statement dazu gegeben, warum er es so wichtig findet, insgesamt für das Thema In-Real-Live-Stream, dass es möglich sein muss, überhaupt noch Menschen im Hintergrund zu filmen. Wir schauen Montes Meinung uns dazu an und schauen auch, wie weit dieser Gerichtsprozess mittlerweile gediehen ist. Säumeke hatte mich dazu angeschrieben und hatte gefragt, ob ich ihn so mäßig in den Statement droppen kann. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das komplette Video 23 Minuten reinziehen werde, aber es ist schon auch ein wichtiges Thema. Es geht ja um das Thema IRL-Streams. Hallo, ich bin Christian Säumeke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Wir haben ja schon über den Fall hier berichtet, weil er voll in unser Spezialgebiet reinfällt. Es geht um Produktionsrechte, Filmrechte. Es geht aber auch um Persönlichkeitsrechte einer Frau und ihres Kindes. Denn Montes hat Anfang des Jahres Post bekommen. Unerwünschte Post vom Landgericht Hamburg. Das hat ihm per einstolge Verfügung verboten, einen Stream noch weiter im Internet zu veröffentlichen. Es ging um einen Stream, den er im Wildpark Schwarze Berge in Hamburg gedreht hat. Und innerhalb von nur zwei Sekunden war das hier zu sehen. Ihr seht im Vordergrund Monte, typisch mit Käppi, Claro. Und da ist eine Mutter mit Kind zu sehen. Ganz knapp und ganz kurz. Zwei kurz Sekunden. Und die Mutter hat sich dagegen gewehrt mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung. Das heißt, sie hat gesagt, ich möchte... Wenn ich das gerade nochmal sehe, merke ich einfach wieder, wie lächerlich das ist. Aber gut. ... möchte hier nicht mehr zu sehen sein und ist dann zum Landgericht Hamburg gegangen. Und das Landgericht Hamburg hat folgenden Tenor erlassen. Die haben gesagt, der Antragsgegnerin, also der wird im Wege der einstweiligen Verfügung... Ach nee, die Gegnerin, das ist die Firma von Monte, die verklagt worden ist, wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zufriedehandlung festzusetzen und Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Nicht 250.000 in jedem Fall. Aber kann im schlimmsten Fall, wenn Montes Firma oder Montes immer wieder macht, so teuer werden. Alleine diese Summen da schon zu sehen, merkt man halt wieder, in was für einem Land man lebt, egal. Da sagt, jetzt kommt das Spannende unter dem Wort untersagt, das Bildnis der Antragstellerin zu 1 und 2, also der Mutter mit Tochter, ohne deren Einwilligung zu verbreiten oder öffentlich zur Schau zu stellen, wenn dies geschieht, wie in einem Livestream, abrufbar unter der URL so und so. Das war ein Twitch-Livestream und da ist dann eben, sieht man jetzt hier, sind insgesamt ja 20 Sekunden eingeschränkt worden. Und in diesen 20 Sekunden war die Frau immer mal wieder ganz kurz zu sehen. Das Interessante ist, dass das Gericht jetzt hier abstellt auf diesen kleinen Moment, auf diesen Screenshot. Ich verstehe auch nicht, warum einige Namen bei dem Screen gesperrt sind, geweist in Anführungszeichen und andere nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Das war ein viel längerer Livestream, ich meine, der ging sogar über Stunden. Und das Gericht stellt jetzt exakt auf diesen Livestream ab. Das macht gar keinen Sinn. Die Frau sagt, es ist egal, wie kurz das ist, ich will inkognito bleiben. Sie will unerkannt bleiben. Weil echte Namen, das macht Sinn. Und apropos inkognito, liebe Leute, da bin ich bei einem Service, den ich euch hier nur wärmstens ans Herz legen kann, nämlich dem Dienst Incogni. Der ist der heutige Werbe... Och nee, Digger. ...aufkappt für damals mal eingeschüttet und nun bleibt auch die Frau aus dem Wildpark bleiben. Und ich habe damals gesagt, naja, da gab es jetzt eine einstweilige Verfügung, das ist so ein schnelles Verfahren, so eine schnelle Regelung. Wird Monte dagegen vorgehen? Nee, eher nicht. Gehe ich nicht von aus, dass Monte gegen die einstweilige Verfügung vorgehen wird. Pustekuchen. Das macht er sehr wohl und hat das hier in einem... Ich muss euch sagen, alleine schon, dass die einstweilige Verfügung vom Richter freigegeben worden ist, weil das ist ja dann per Eilverfahren, okay? Ich bin jetzt erstmal gespannt darauf, was Herr Solmecke dazu sagt, aber alleine schon, dass der Antrag stattgegeben worden ist vom Richter, da habe ich mir wirklich schon gedacht, okay, da kracht es und pfeift es aus allen Löchern. Wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen wie eine Schallplatte. Diese Frau war für Bruchteile von einigen Sekunden im Hintergrund zu sehen. Wir sind mit einem riesen Kamerateam, mit einer großen Kamera, mit einem Mikrofon in der Hand an der Frau vorbeigelaufen. Und das nennt man laut deutschem Gesetz Beiwerk. Diesen Paragrafen, dieses Gesetz gibt es. Stream dann auch so... Und Security im Übrigen, ja. ...sagt, dass er sich das nicht gefallen lassen will, dass er die Frau nicht mehr zeigen kann. Und wir hören uns das mal an, was er da gesagt hat. Ich habe mit meinem Geschäftspartner geredet. Mein Anwalt hat gesagt, es ist eine 50-50-Sache und ich will meinem Anwalt nicht klug scheißern, aber ich habe gesagt, hä, wieso 50-50, das ist doch eine glasklare Sache. Also klar, das habe ich nur. Das für die Leute sind alles glasklare Sachen. Und ja, jeder ist erstmal ein Gewinner. Aber da haben so manche Ecken und Kanten, die Rechtsstaatlichkeiten haben Ecken und Kanten. Hören wir weiter rein. ... Geschäftspartner geredet und habe zu ihm gesagt, Dennis, ich sehe das nicht ein. Und auch wenn ich natürlich keine Lust habe, vor Gericht zu gehen, sehe ich es nicht ein. Und werde dieses Verfahren führen und vor Gericht gehen, auch für alle anderen Streamer-Kollegen und Kolleginnen. Wenn das verloren wird, ändert sich alles. Also wenn das verloren wird vor Gericht, werde ich das ganz groß machen. Also dann werde ich auch da ein einzelnes Video zu hochladen, also ein richtiges einzelnes Video. Ich werde natürlich in Revision gehen, ist ja sowieso klar. Ja, was man also sieht, Monte will sich das auf keinen Fall gefallen lassen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ja, was sind denn deine konkreten Gründe? Und er hat mir netterweise Töne per WhatsApp geschickt. Und die wollen wir uns auch mal anschauen, warum er so sehr meint. Das dürfen wir uns jetzt hier auf keinen Fall gefallen lassen, wir Streamer. Wir müssen gegen die Sache vorgehen. Richtig. Das hat Monte mir per WhatsApp dazu geschickt. Sollte diese Frau vor Gericht recht bekommen, kann jeder Mensch da draußen, jeden Streamer, der im Real Life einen Stream macht und im Hintergrund für zwei Sekunden zu sehen ist, anzeigen, eine einswürdige Verfügung einfordern und, 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 und. Also das wäre, es wäre Katastrophe. Also Monte ganz klar sagt, das wäre eine Katastrophe. Ich könnte meine ganzen... Profilbild ist einfach King. El Bandi. ...Streams überhaupt nicht mehr durchführen, wenn die Frau hier tatsächlich Recht bekommt. Hat er möglicherweise wirklich Recht. Das kann schwierig werden. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Für ihn ist die Sache glasklar. Er wollte ja sozusagen vor seinem eigenen Anwalt klugscheißen, sagt er. Bei mir ist das ganz glasklar. Und er hat mir dann dazu noch Folgendes gesagt. Denn das hat für ihn dann auch finanzielle Konsequenzen, dass er hier weitergeht. Wenn diese Frau vor Gericht Recht bekommt, kann jeder Mensch mich anzeigen und Geld von mir fordern. Und deswegen ist dieser Prozess so wichtig, dass wir als Screamer auch im realen Leben auf den Straßen unsere Streams machen können. Wir wollen ja niemanden bewusst in unseren Stream in den Vordergrund rücken. Dafür brauchen wir die Erlaubnis. Das ist ja klar. Aber wenn Leute im Hintergrund als Beiwerk zu sehen sind für einige Sekunden, dann stellt es aus meiner Wahrnehmung keinen rechtlichen Verstoß dar. Genau. Was Monte hier schon richtig verwendet hat, ist ein Begriff aus der Juristerei, nämlich das Wort Beiwerk. Das heißt, man sieht, er hat sich mit dem Fall richtig beschäftigt. Denn er sagt, die Frau war nicht... Ich bin jetzt mal gespannt, was Säumeke dazu sagt. ...im zentralen Sichtfeld von mir. Die Frau war nicht im zentralen Sichtfeld des ganzen Streams. Die war nur im Hintergrund. Ich habe mal hier euch rausgepickt, was das Wort Beiwerk juristisch bedeutet. Gucken wir mal rein. Gut auswendig gelernt? Nee, nicht auswendig gelernt. Aber ich habe mich ja an gewisse Gesetze zu halten. Auch beispielsweise hier in meinem Livestream, wenn ich jetzt gerade hier rede. Weil, ich wiederhole mich da gerne, ich unterliege ja der Rundfunklizenz. Das heißt, ich werde vom Gesetz als Fernsehsender angesehen. Das heißt, ich bezahle im Jahr eine Rundfunklizenz von rund 10.000 Euro, glaube ich. Und ich habe ja auch eine Größe und eine Reichweite und Ähnliches. Ich muss mich an viele Gesetze halten und Ähnliches. Und auch das Thema IRL-Streams. Es ist nicht so, als wenn ich durch die Welt stolziere mit meinem Backpack oder mit meinen Kameramännern oder mit Adam und sage, ich bin Montana Black. Was wollt ihr von mir? Ich kaufe die Welt. Ganz im Gegenteil. Man setzt sich ja damit auseinander und auch das Thema IRL-Stream ist ja etwas, womit ich mich im Vorhinein auseinandergesetzt habe. Denn ich habe ja gerade überhaupt gar keine Lust auf Kopfschmerzen und Ähnliches. Da beschäftigt man sich natürlich auch mit der Thematik, wie ist es denn, wenn Leute bei mir im Hintergrund für kurze Zeit zu sehen sind. Und so wie ich mich damals informiert habe, wie ich auch Einschätzung bekommen habe und Ähnliches, gibt es wie gesagt das Schlagwort Beiwerk, wenn ich draußen im Real Life unterwegs bin. Und du sitzt auf der Parkbank mit deiner Freundin beispielsweise. Und ich sage zu meinem Livestream, boah, guck mal da, die sind da auf der Parkbank. Film mal rauf, zoom mal rein. Und man filmt dich bewusst für einige Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden und ich rede noch so leise über dich und so. Dann ist es nicht in Ordnung, weil dann filme ich dich bewusst, dann bist du kein Beiwerk mehr. Wenn ich aber irgendwo an der Straße, an der Ampel stehe und du fährst im Hintergrund mit dem Fahrrad an mir vorbei für ein oder zwei Sekunden, dann filme ich dich nicht bewusst, dann bist du das Beiwerk im Hintergrund. Und das ist laut deutschem Gesetz eigentlich abgedeckt, dass das erlaubt ist. Wenn das so durchgeboxt wird vor Gericht, was da jetzt gerade angezeigt worden ist, dann kann niemand eurer Streamer, YouTuber, Influencer draußen in irgendeiner Art und Weise noch Streams machen, Instagram Stories oder Ähnliches. Denn sobald eine Person für eine Sekunde oder zwei Sekunden im Hintergrund zu sehen ist, kann diese Person euren Lieblingsstreamer, euren Lieblings YouTuber anzeigen und vor Gericht ziehen. Deswegen ist das Thema so wichtig. Aber im TV geht das dann ja auch nicht, WTF. Ja, aber wie wir alle wissen, geht das ja im TV. Ich möchte das einmal ganz kurz wiederholen. Ich lebe davon, von den IRL-Streams Highlight-Videos hochzuladen oder ganze Videos hochzuladen. Die rein IRL-Streams, Wildpark Schwarze Berge, die Lambo-Tour, Gamescom. Und ich will mich nicht beschweren, aber an all diesen IRL-Streams habe ich nur durch die Streams, Dom, Hamburger Dom, habe ich Minus gemacht. Denn die Technik und Adam und alles kostet gutes Geld. Mehr Geld, als ich mit den Streamen einnehme. Das heißt, ich bin auch darauf angewiesen, im Nachhinein das Video oder Teil des Videos davon auf YouTube hochzuladen. Und am Ende des Tages, bei so etwas wie Gamescom oder Hamburger Dom, da haben wir zum Teil 10, 15 Securities dabei. Und ihr wisst, dass Security, gute Security, gutes Geld kostet. Wenn so etwas durchgeht vor Gericht, heißt es auch im Umkehrschluss, dass in den Videos im Nachhinein jeder Mensch, der im Hintergrund für Sekunden zu sehen sein muss, komplett unkenntlich gemacht werden muss, verpixelt werden muss. Wisst ihr, was das für ein Aufwand ist für meinen Cutter oder für Leute, die diese Videos schneiden? Das, was das an Zeit kostet, lohnt sich gar nicht. Hunderte Menschen im Hintergrund, alle perfekt zu pixeln, Digga. Dann kann ich die Sch*** gleich sein lassen, brauche ich gar nicht hochladen, Digga. Zur Schau gestellt werden dürfen Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Also, wenn man neben einer Landschaft ist und dann nur in einer Landschaft rumläuft, dann ist man nur ein Beiwerk, so sagt, ist das Gesetz. Und dazu sagt Monti, ja die Frau war doch hier ein Beiwerk, wie kann es also sein, dass ich da irgendeine Einwilligung bräuchte, denn ich kann doch noch 23 Absatz 1 Nummer 2 die Frau einfach filmen, wenn sie nur neben einer Landschaft war. Das Problem ist, sie war ja jetzt nicht dummerweise neben einer Landschaft, sondern sie war neben Monte. Und das macht halt dann irgendwo doch einen Unterschied, ob eine Landschaft im Vordergrund steht oder ob wie hier Monte im Vordergrund steht. Wir füllen doch die Landschaft im Hintergrund, ist doch ein schönes Waldstück. Man sieht also die ganze Szenerie, Monte im Vordergrund, die Landschaft ist eher der Hintergrund. Und deswegen kann man nicht sagen, dass die Frau jetzt hier nur bei Werk war. Sie war ja tatsächlich schon sehr deutlich und fast genauso groß wie Montana Black im Bild. Das wird also schwierig werden. Auch das Landgericht Hamburg hat gesagt in seiner Einschätzung, dass man damit eher nicht durchkommt. Die haben bei den Gründen zum Urteil, die ich euch hier mal mitgebracht habe, gesagt, zur Einzweihm Verfügung. Prozessual ist davon auszugehen, dass die Antragstellerinnen nicht in die Verbreitung eingewilligt haben. Das sagen die hier oben. Auch eine Verbreitung ohne Einwilligung nach § 23 ist hier nicht zulässig. Insbesondere lässt der Vortrag der Antragsgegnerseite nicht das Vorliegen der Voraussetzungen § 23.1 Nr. 1 und Nr. 2 erkennen. Nr. 2, das ist eben das Beiwerk. Insoweit ist hinsichtlich des Nr. 2 zugrunde zu legen, dass dieser Tatbestand nur greift, also bei dem Beiwerk, wenn die abgebildete Person allein als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheint. Hiervon kann aber nur dann ausgegangen werden, wenn die Abbildung einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit das Bild prägt und nicht ihrerseits die Landschaft, das Beiwerk ist. Dies ist im vorgelegten Video. Also es sind bestehende Gesetze, alles gut, respektiere ich, aber alleine schon die Gesetzesauslage dort zu lesen. Für Ausschnitt nicht zu erkennen. Sprich, hier könnte es eng werden mit dem Beiwerk, auch wenn Monte aktuell sieht, wieso, was soll der ganze Quatsch. Die Frau war doch nur ein einfaches Beiwerk. Dann hat Monte noch was ganz anderes erwähnt, was ich auch spannend fand. Er sagt... Ich finde, man muss auch die Situation berücksichtigen, lieber Leipzig im Chat, okay. Wir standen, ich kann mich an die Stelle da erinnern, wir standen mit dem Kamerateam gefühlt, keine Ahnung, ich weiß nicht wie lange, fünf Minuten, zehn Minuten, das war bei dem Gehege von den Bären. Ich weiß noch, wo wir da waren. Es war ja ganz offensichtlich, dass wir dort filmen, dass wir dort aufnehmen, dass da gefilmt wird. Und zumindestens aus meiner persönlichen Empfindung, die Frau hat das gesehen, dass wir da am Film sind. Das unterstelle ich ihr jetzt einfach mal. Die Frau hat das gesehen. Und ich weiß auch, dass die Frau längere Zeit hinter uns stand. Die Frau hat das gesehen, dass wir dort am Film waren. Und wenn es ihr wirklich um das Befinden ihres Kindes geht oder darum geht, dass ihr Kind nicht zu sehen ist, dann dreht man sich doch für die Zeit, die dort gedreht wird, einfach mit dem Rücken zu ein. Und guckt nicht in die Kamera. Ich kann mich hier vergleichen mit Presseleuten. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Und vielleicht, während ich hier umstelle, der Hinweis an euch. Checkt mal, ob ihr betrachtet... Ja, ich bin mal gespannt, was er jetzt zu dem Thema sagt, dass ich eine Rundfunklizenz besitze und gesehen werde wie ein TV-Sender. Proffen seid vom Facebook-Datenleck. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, einfach QR-Code abscannen oder in die Caption gucken. Wenn da eure Daten abhandengekommen sind, hilft euch einerseits Incogni. Aber wir helfen euch natürlich auch, weil wir im Facebook-Datenleck 1.000 Euro für euch raushauen. Aber gerade Datenleck. Und das hier sagt Monte noch zu seiner Funktion, die wie Presse ist in seinen Augen. Gucken wir mal rein. Selbst normale TV-Sender drehen so, dass Leute kurz zu sehen sind. Und soll ich dir die Ironie der Geschichte erzählen? Mein Twitch-Kanal hier unterliegt einer Rundfunklizenz. Das heißt, ich bezahle monatlich bzw. jährlich eine Gebühr, weil mein Twitch-Kanal eingestuft worden ist vom Vaterstaat als TV-Kanal. Dementsprechend möchte ich natürlich auch die gleichen Rechte haben wie alle anderen TV-Kanäle. Dem ist aber leider nicht so. Ja, das ist nicht ganz richtig, muss ich leider auch sagen. Gilt Monte jetzt als Presse oder nicht als Presse? Ja, klar kann er wie Presse gelten. Aber er hat auch die gleichen Rechte wie Presse. Denn der 23-Kunst-Uru-Rechtsgesetz, den wir gerade gesehen haben, der gilt für Monte und für die Presse ganz genauso. Auch die Presse braucht gegebenenfalls eine Einwilligung. Das Einzige, was bei der Presse oftmals ist, die Presse hat Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Die Presse kann aber auch nicht wild in real life irgendjemanden fotografieren und dann abdrucken. Deswegen kann man sagen, ja Monte, du hast schon die gleichen Rechte wie die Presse. Das hat nichts mit der Rundfunklizenz zu tun, aber du bist Presse, ob mit oder ohne Rundfunklizenz, in gewissen Situationen gelten die Regeln für dich. Aber viel wichtiger ist, für die Presse gilt auch der 23-Kunst-Uru-Rechtsgesetz. Wenn die jetzt berühmte Persönlichkeiten haben, die da gefilmt werden, oder wenn sie hier eine Demo haben, dann darf die Presse die auch ohne Einwilligung entsprechend filmen. Was aber nicht geht, ist, dass man die Menschen, die irgendwo auf dem Bild rumlaufen, nichts mit der Situation zu tun haben, filmt. Das ist für die Presse genauso wenig möglich. Wisst ihr, was das Lustige an der Geschichte ist? Soll ich euch mal was erzählen, Chat? Wir sehen diese ganzen Gesetze, die Privatpersonen schützen sollen, aber ich als öffentliche Person des Lebens werde von der Presse in den Arsch gelegt. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Als vor einigen Monaten bei mir Notrufe missbraucht worden sind und das durch die Presse gegangen ist, stand die Presse vor meiner Tür. Sie haben mich ohne meine Erlaubnis fotografiert im Eingangsbereich meiner Tür und haben das abgelichtet. Vor meiner Tür haben sie mich fotografiert ohne meine Erlaubnis. Soll ich euch was sagen? Ich konnte da nichts gesetzlich gegen machen, weil ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Geil, oder? Aber wenn irgendeine Alte für zwei Sekunden im Hintergrund bei mir im Livestream zu sehen ist, dann bin ich wieder der H*** Sohn, der auf alles verklagt wird. Gefühlt. Diese ganzen, ich kann eins sagen, wenn es so sein sollte, dass ich kein Recht bekomme, kann man davon ausgehen, dass ich in Zukunft nie wieder einen IRL-Stream machen werde. Aus besagten Gründen. Weil jeder Hayopi mich dann anzeigen kann. Dann könnt ihr euch bei Mama Merkel, bei Olaf Scholz und wie diese ganzen Flitzpiepen alle heißen, die mal was zu sagen hatten oder noch was zu sagen haben. Dank denen kann ich das dann nicht mehr, weil die erlassen solche Gesetze oder unterstützen die. Ich kann euch nur eins sagen. Diese ganzen Gesetze zum Thema Internet sind so veraltet. Leute, Film, dies, das, alle so veraltet. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Häufig gibt es, ich habe ein Urteil gefunden, dass man schon mal so einen Moderator hat, der an wichtigen Plätzen steht. Zum Beispiel am Bundestagsvorplatz steht ein Reporter, der interviewt jemanden. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. Hinten rum laufen Leute. Und dazu gibt es ein sehr spannendes Urteil aus dem Jahre 2015 vom, immerhin, Bundesgerichtshof. Da sagte der Bundesgerichtshof Folgendes. Zur Frage der Zulässigkeit der Veröffentlichung von Bildern, die eine sich zufällig in der Nähe eines prominenten, befindlichen, nicht prominente Personen identifizierbar zeigen. Sehr ähnlicher Sachverhalt. Da ging es um einen Abdruck in der Bild-Zeitung. Und die Bild-Zeitung berichtete 2012 über einen Raubüberfall, auf der war ein Profifußballer in El Arenal zu sehen. Und der Star wurde eben, hier sieht man Sonnenstrand Strauchdiebe. Gestern sahen wir Star A in pikanter Frauenbegleitung am Ballermann. Jetzt wurde er Opfer einer Straftat und, und, und. Also der Promi stand im Vordergrund, ja. Und im Hintergrund waren allerdings Menschen auf Strand liegen zu sehen. Und die sind nicht verpixelt worden. Und die Klägerin war eine Frau, die im Bikini da auch lag. Und die Bild-Zeitung hat sich seinerzeit darauf berufen, dass sie gesagt hat... Sehr interessant gerade. Nee, nee, nee. Die Frau, die war ja nur ein unwesentliches Beiwerk, beziehungsweise wir dürfen über sie berichten, weil wir über den Promi berichtet haben. Und da hat das Landgericht hier gesagt, nee, darauf kann man sich hier nicht beziehen. Ihr hättet die Frau verpixeln müssen oder ihren Balken übers Gesicht packen müssen. Denn das zeitgemäßige Ereignis war der Promi, aber nicht die Frau. Ja, und ein Beiwerk war sie schon gar nicht. Also insofern, wenn man auf Montes Fall überträgt, und das ist immerhin vom Bundesgerichtshof, wird es knapp werden. Aber es gibt einen Aspekt, da sage ich jetzt, da folge ich Montes sogar, auch wenn der trotzdem nicht ganz leicht wird, vor Gericht durchzusetzen. Der ist der zeitliche Aspekt, wie lange die Frau zu sehen war. Da sagt Montes Folgendes zu. Okay, ich bin vielleicht doch nicht gef***t. Mit einem Kamerateam, mit Skyline, der sogar noch eine Mütze trägt, wo TV drauf ist. Und ein bisschen Hope, safe vielleicht. Wir eine riesen Kamera in der Hand haben, und diese Person ist für zwei Sekunden im Hintergrund zu sehen, dann ist es einfach Beiwerk, versteht ihr? Das ist ja gesetzlich so geregelt. Darfst du... Wie er immer lacht und sich denkt, du f***st, weil du lachst so eine Sch***er, ich bin der Anwalt, lass mich reden. Da muss ich... Der hört einen raus. Da muss ich immer schmunzeln. Gesetzlich geregelt ist das so jetzt nicht, dass eine Frau mit Kamerateam dann Beiwerk ist. Nee, das kann man so nicht sagen. Er sagt jetzt... Lacht er mich aus? Lacht er mich aus? Dann strike ich das Video Kappa. Diese zwei Sekunden. Da kann man sich die Frage stellen, worauf wird denn abgestellt? Das Landgericht Hamburg stellt auf den einzelnen Frame ab. Das heißt, wenn es 25... Er lacht mich aus, meint ihr? ...pro Sekunde gibt, dann muss die Frau nur eine 25 Sekunde drin sein, und dann wäre das schon relevant. Dann würde man dieses eine Bild betrachten. Montes sagt aber, in einem mehrstündigen Stream sind doch zwei Sekunden nur ein Beiwerk. Und die Betrachtungsweise finde ich gar nicht so schlecht, dass man sagt, hey, was spielt das für eine Rolle in so einem mehrstündigen Stream? Eine Frau läuft zwei Sekunden durchs Bild. Das ist doch nicht relevant hier. Naja, und da ist allerdings auch die Problematik, erstens das Landgericht hat ihm da nicht gefolgt. Oder ist ihm nicht gefolgt? Und der Bundesgerichtshof hat mal, ich meine bezogen auf den Ikea-Katalog gesagt, wenn er auf Seite 120 des Ikea-Katalogs ein Raum ist, und in dem Raum ist irgendwie ein Gemälde. Und von dem Gemälde hat Ikea keine Einwilligung dafür, dass es im Ikea-Katalog veröffentlicht wird, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Ist ja ein ganz ähnlicher Fall. Naja, nein, es ist nicht ein ganz ähnlicher Fall, Herr Solmecke. Denn das eine ist ein Katalog, der vorher gedruckt wird. Ich bin live und habe manchmal auch nicht den Einplus da drauf, wer im Hintergrund zu sehen ist und wer nicht. Das Wichtige ist aber, dass ich niemanden in voller Absicht filme, im Sinne von ihm ins Gesicht zoome, oder beispielsweise jetzt, wäre ich jetzt zu der Frau hingegangen und hätte ihr ein Mikrofon vor das Maul gehalten und hätte gesagt, oh, wie gefällt es Ihnen hier, ohne vorher mal zu fragen. Entschuldigung, wollen Sie eventuell zu sehen sein oder nicht? Wie gesagt, Gesetze sind Gesetze, daran muss ich mich halten, alles gut. Deswegen gehe ich ja vor Gericht und werde versuchen, auch wenn es alte Gesetze sind, trotzdem auch dem Richter und allem drum und dran, meinen Sichtpunkt der Dinge zu vermitteln. Ich kann mich da nur wiederholen. Ihr habt es gesehen beim Dom, ihr habt es auch bei anderen Dingen gesehen, wo ich IRL-Streams gemacht habe. Sobald ich Leute aktiv gefilmt habe, habe ich immer vorher gefragt, ist das in Ordnung, wenn ihr live zu sehen seid und ähnliches. Ich weiß, dass es am Ende nur ums VOD geht, okay? Dass ich das VOD löschen soll, richtig? Ich möchte euch nochmal ganz kurz nur vermitteln, kurz. Ich habe dieser Dame angeboten als Entschädigung und dann hätte ich auch das VOD offline genommen. Warum verpixelst du die Person nicht einfach? Digi, weil ich live streame und mein VOD nicht verpixeln kann. Es gibt noch keine Live-Version, wo alle Leute um mich herum verpixelt werden, bloß ich nicht. Ich habe dieser Frau angeboten, als Entschuldigung dafür, dass sie da die Kopfschmerzen hatte. Ich habe ihr angeboten, Valla Bila auf Kylos Leben. Ich habe ihr angeboten, dass, nachdem sie schon mäßig Geld gefordert hat, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann aber auch sein, dass sie noch nichts gefordert hatte. Dann müsste ich nochmal meinen Geschäftspartner fragen. Ich habe ihr angeboten, ihr und ihrem Kind ein Jahresticket oder ein Zweijahresticket, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ein Jahr oder zwei, umsonst als Entschuldigung zu schenken für sie und für ihre Tochter oder für ihren Sohn. Ich weiß nicht, als kleine Entschuldigung, als kleine Geste. Eine Hand wäscht die andere als kleine Entschuldigung. Versteht ihr? Ich möchte nochmal betonen, ich habe diese Frau nicht bewusst abgelichtet oder Sonstiges. Ich habe dort einen IAA-Stream gemacht und da kann es mal passieren, dass Menschen für Sekunden im Hintergrund zu sehen sind. Wenn das ein Problem ist und das gesetzlich ein Problem darstellt und jeder Mensch, der im Hintergrund für ein oder zwei Sekunden zu sehen ist, mich in Zukunft abmahnen kann, mir sagen kann, dass ich mein VOD oder das Video, was ich davon auf YouTube hochlade, löschen soll oder ähnliches, dann ist das Thema IAA-Stream in Deutschland gestorben. Dann kann kein Streamer, kein YouTuber in irgendeiner Art und Weise IAA-Streams mehr machen und davon Highlight-Videos hochnennen. Und aus dem Grund, ich habe sie nicht bewusst gefilmt, sie war für ein oder zwei Sekunden im Hintergrund zu sehen, habe ich aus meiner Wahrnehmung schon einen coolen Schritt gemacht und ihr angeboten, dass ich für sie und ihrem Kind ein Ticket für umsonst für den Wildpark Schwarze Berge sponsor. Dann kann sie so oft sie will, so viel sie will, für umsonst in den Heidepark Soltau und sich eine schöne Zeit mit ihrem Kind machen. Das kostet vielleicht nicht viel Geld, aber es ist ein Zeichen und eine Geste, die aus dem Herzen kam. Weißt du, was darauf kam? Daraufhin kam die Anzeige, die einstweilige Verfügung und Geldforderung. Habe ich Heidepark gesagt? Sorry. Wildpark Schwarze Berge. Du müsst erst 120 Seiten blättern, entdeckt dann ein großes Bild und da dann nochmal ein kleines Bild drin. Und das hat der Bundesgerichtshof schon entschieden. Das heißt, insgesamt scheint die Rechtsprechung das sehr stupide zu betrachten und zu sagen, egal, wir betrachten Frame für Frame für Frame. Und dass das eine Katastrophe ist, wie Monte sagt, für Monte und alle in Real-Life-Streams, das kann ich hier abhacken. Und insofern könnte es sein, dass die Gerichte so langsam zum Nachdenken kommen, weil wir einfach... Ich will ja keine Sonderbehandlung. Versteht ihr das, Chat? Ich möchte keine Sonderbehandlung. Ich möchte nicht vor Gericht auftreten und sagen, wow, ich bin der große Montana Black, der Riesen-Streamer mit Millionen von Followern. Das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte einfach nur in Ruhe meine Streams machen können, meine IRL-Streams. Ich bin kein respektloser Nutzersohn, der irgendwelche Leute belästigt oder ohne deren Erlaubnis die Kamera in die Fresse hält und irgendwelche dumme Fragen stellt, wann sie das letzte Mal, whatever, oder versteht ihr, was ich meine? Ich bin kein respektloser Mensch im Internet. Ich bin kein respektloser Mensch gegenüber anderen Menschen. Ich bin immer respektvoll, höflich, zuvorkommend. Immer, Digga. Aber es kann nicht sein, dass ich in meinem Beruf wieder so eingeschränkt werde, weil eine Person für Sekunden im Hintergrund zu sehen ist, Digga. Und da muss sich, wir haben das Gesetz gerade gesehen, das Gesetz ist erstmal gegen mich, da muss sich aber was ändern. Ich hole jetzt mal so weit aus. Da muss sich gesetzlich etwas ändern. Ansonsten kann man das nicht mehr beruflich ausleben. Ja, ihr habt recht, ich bin da am Streamen, aber ich sage, ich call das hier, okay? Wenn ich draußen unterwegs bin und ich sehe, dass ein Kamerateam in meiner Nähe ist, was ganz offensichtlich zu sehen ist, Kamera, das Mikrofon, wenn ich nicht zu sehen sein möchte, dann gehe ich oder drehe mich weg. Oder ich gehe jetzt zu diesem Kamerateam oder einer Person, die dort mit dem Team ist und sage, ich möchte nicht stören, ich sehe, ihr dreht hier, aber ich möchte nicht zu sehen sein. Und sollte ich zu sehen sein, bitte nehmt das raus, löscht das. Es gab so viele coole Möglichkeiten, diese Situation zu lösen, ohne vor Gericht zu gehen und Schadensersatz und Geld zu fordern, whatever. Ohne das System, das Gesetzessystem zu belasten mit so einer Scheiße, weil dann, damit müssen sich Staatsanwaltschaft, Richter und, und, und beschäftigen, winkt ein, zwei Sekunden im Hintergrund zu sehen. Das ist, für mich ist das Kindergarten. Damit überfordert und belastet man die Systeme für nichts und wieder nichts. Das hätte man auch außergerichtlich, hätte man sich da einigen können. Aber nachdem ich das Angebot abgegeben habe mit Freikarten für den Wildpark Schwarze Berge, kam direkt das Anwaltsschreiben. Das ist aus meiner Wahrnehmung keine Sache, die vors Gericht gehen muss, mit dem man unnötig Recht und das System belasten muss mit so einer Pille-Palle-Kacke. Das Einzige, was ich mir denke, und das schreibt auch gerade jemand, die anderen Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, bringen, kein Geld. So was ja vielleicht auch gewünscht ist von der Bevölkerung. Könnt ihr ja mal unten in die Comments schreiben. Wie findet ihr das? Wollt ihr solche Real-Livestreams? Und was würdet ihr sagen, wenn ihr in so einem Stream von Monte zu sehen seid und vielleicht gar kein Monte-Fan seid? Vielleicht sagt ihr mir scheiße, weil ich will auch zwei Sekunden nicht in einem Monte-Stream zu sehen sein. Ich will gar nicht im Internet zu finden sein. Könnte ja auch sein. Außerdem hat Monte noch einen anderen Aspekt diskutiert, den ihr auch nach meinem letzten Video dazu immer wieder aufgeworfen habt. Das ergibt gar keinen Sinn. Es ist ein Unterschied zwischen offener Straße und Wildpark-Privatgelände. In dem Fall wäre es ja ein... Che schreibt, du kannst das VOD doch downloaden und nacharbeiten. Es geht darum, dass das VOD noch im Internet ist. Dann sollte es verpixelt werden. Live ist anders. Man kann das VOD als Highlight reuploaden. Da hast du vollkommen recht, natürlich. Aber ich möchte dir nochmal ganz kurz den Aspekt erklären. Es ging mir nicht darum, das VOD nur zu löschen. Es ging ja auch erstmal darum, dass direkt die Anzeige gekommen ist, nachdem ich eigentlich auch gesagt habe, ey, hier Ticket und so. Man hätte ja noch ohne Anwälte bzw. ohne Anzeigen und Gerichtsverfahren und ähnliches diskutieren können. Es kam ja sofort die einstweilige Verfügung. Und was soll ich dann noch mit der Frau dann reden, wenn die einstweilige Verfügung sofort kommt? Plus, hört ganz genau zu, es geht mir nicht darum, dass ich das VOD lösche. Es geht darum, dass ich aus meiner Wahrnehmung so sehe, dass es mein Recht ist bzw. dass ich keine Strafe zu befürchten habe, wenn ich offensichtlich als Kamerateam filmend durch die Gegend laufe und Leute im Hintergrund für ein oder zwei Sekunden zu sehen ist, dass diese Leute alle verpixelt werden müssen. Weil wenn das der Fall ist, und das ist auch okay, wenn das sich so rausstellt, dass es so ist, das ist okay, aber wenn das der Fall sein sollte, dann lohnt es sich de facto für mich nicht mehr IRL-Streams zu machen, weil der Aufwand im Nachhinein Highlight-Videos zu schneiden von IRL-Streams oder ähnliches und dort jeden einzelnen Menschen, der für Bruchteil von Sekunden, und es geht um Bruchteil von Sekunden, zu verpixeln und zu blurren, wenn das der Fall ist, dass ich das machen muss, das ist ein zeitlicher Aufwand von mehreren, mehreren, also 10, 20, 30 Stunden, um hunderte Menschen zu verpixeln, um dann davon das Highlight-Video hochzuladen und das Highlight-Video ist das einzige, was bei solchen IRL-Streams in einer gewissen Art und Weise noch die Kosten deckt. Hattest du die Erlaubnis vom Tierpark? Wenn ja, dann hast du doch deine Antwort. Ich habe natürlich Erlaubnis vom Tierpark gehabt, aber, und das muss man dann nochmal gesetzlich klären, theoretisch gesehen hätten dann am Anfang irgendwo Schilder hängen müssen, hier wird heute gefilmt und ähnliches. Ich weiß nicht, wie das ist, das müsste man dann nochmal klären, aber natürlich habe ich die Erlaubnis vom Tierpark gehabt, klar. Unterschied im positiven Sinne für mich, denn ich hatte ja die Dreherlaubnis. Es geht nur darum, die eine Person unkenntlich zu machen, nee, Liberty, es geht nicht darum, die eine Person unkenntlich zu machen, es geht darum, wenn das vor Gericht gewinnt, wenn die Frau vor Gericht gewinnt, muss ich in Zukunft immer jede Person verpixeln, weil sonst jede Person das Recht hätte, mein VOD, meine Videos per einsweitige Verfügung löschen zu lassen. Dann kann ich gleich von vornherein jeden Menschen verpixeln, nicht nur den einen, weil sonst jeder mich anzeigen kann, jeder Richter der einsweitigen Verfügung Recht geben würde. Also er hatte eine Drehgenehmung vom Wildpark? Vom Wildpark Schwarze Berge, denn auch da wieder, natürlich kündige ich mich vorher in einem Wildpark Schwarze Berge an und frage, ob das für die in Ordnung ist. Ja, da wird Solmecke jetzt sagen, ich kenne die Antwort schon, ich habe mich ein bisschen informiert, Solmecke wird jetzt sagen, ja, hast du, aber dann hätte er im Eingangsbereich hängen müssen, hier wird heute gefilmt, bla 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 bla. Filme, nicht weil ich mich groß drum kümmere, ob Leute im Hintergrund zu sehen sind, denn wie gesagt, das Gesetz mit Beiwerk und ähnliches ist ja ein, für mich ein Gesetz, mit dem ich mich auskenne, beziehungsweise schon mal von gehört habe und mich schlau gelesen habe, aber natürlich bin ich nicht so abgehoben und... Genau, es geht um den Example, der damit statuiert wird. Besser hätte ich es nicht sagen können, danke. Ich fahre in den Wildpark Schwarze Berge, auch wenn ich dort alle kenne und die mich alle kennen, fahre ich da nicht hin und drehe einfach und streame einfach von dort. Natürlich hole ich mir vorher die Erlaubnis. So, jetzt ist natürlich die Sache, das eine ist die Erlaubnis, dort drehen zu können. Da geht es ums Hausrecht, dass der Wildpark natürlich sagen kann, wer darf hier auf unserem Bild nicht. Ich kenne seine Antwort schon, bin mir sicher. Gedeckt von der Drehgenehmung ist in aller Regel nicht, dass ich andere Menschen filme. Das heißt, das ist schon ein Unterschied, wenn der Grundstücksbesitzer sagt, du darfst hier filmen, dann darf man da filmen, aber es gibt noch nicht unbedingt das Recht her, auch andere zu filmen. Was anderes könnte es sein, wenn beim Wildpark am Eingang groß in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht und für jedermann sichtbar, hey, hier wird schon mal gefilmt und du bist damit einverstanden. Auf Konzerten kennt man das schon mal, solche Generaleinwilligungen, die eh rechtlich recht umstritten sind. Auf Konventions, bei Fußballspielen, da muss man immer damit rechnen, um gefilmt zu werden. Und dann ist das von den AGB möglicherweise gedeckt. So, aber tja, hier in dem Fall gab es sowas nicht. Also schwierig, die Drehgenehmung selbst gibt hier fast nicht das Recht her. Und einen O-Ton von, oder einen letzten Ton von Monta habe ich mir auch noch rausgepickt. Da geht es darum, wie die Mutter sich verhalten hat. Da ist er auch anderer Meinung und glaubt, die Mutter hätte sich echt anders verhalten müssen. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Wenn einem das so wichtig ist, dass das Kind nicht irgendwo gefilmt wird, dann bleibe ich doch nicht hinter dem Kameramann-Team stehen oder drehe zumindest mein Kind weg vom Kamerateam. Wir waren mit einem Extrakamera ran, mit einer Riesenkamera dabei. Wir hatten ein Mikrofon in der Hand. Es war für jeden offensichtlich, dass wir dort filmen. So, also die Frage, wie sieht es aus? Hätte die Mutter sich wegdrehen müssen? Nee, natürlich nicht. Die kann natürlich weiter rumlaufen, nur weil, das ist gut, ich muss mich also schützen vor Filmen. Sowas gibt es in Recht in der Form nicht. Es ist sogar so, dass das Gericht hier eher zugunsten der Mutter urteilen könnte und sagen, naja, ich bin doch derjenige, der das Bild ausrichtet. Ich muss gucken, ob da hinten Leute rumlaufen. Also da befürchte ich, wird Monta damit nicht durchdringen. Es ist sogar so, dass wenn man sich auf irgendeinen Ausnahmetatbestand hier berufen kann, kann man dann eine Rückausnahme sehen in 23 Absatz 2. Das heißt, sagen wir mal, Monta hätte recht mit dem Beiwerk. Dann ist sein Argument mit der Mutter aber eher ein schlechtes. Da heißt es nämlich, die Befugnis erstreckt sich nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. Da geht es also darum, manchmal hat dann der Abgebildete trotzdem noch stärkere Rechte. Das ist sozusagen die Rückausnahme. Und da könnte man sagen, naja, bei einem Kind hat das Kind dann eben doch die stärkeren Rechte. Selbst wenn es ein Beiwerk wäre, was ich hier ja nicht glaube, ja, kann man darauf abstellen, ein Kind in einem Stream von Monta eher schwierig möglicherweise. Aber dagegen könnte man wieder sagen, das Kind war sehr, sehr klein. Also glasklar, muss ich sagen, ist die Sache hier noch bei weitem nicht. Ich befürchte, dass es hier für Monta nicht ganz gut ausgehen wird. Ich befürchte, dass es verlieren wird, auch wenn ich selber persönlich diese Nummer mit den zwei Sekunden sehe. Das sehe ich schon lange. Das, also, jede Tagesschau hat bald ein Problem. Ja, alle haben bald ein Problem. Ja, die werden nur nicht angegriffen. Monta hat jetzt einfach Pech gehabt, dass er der Erste war. Und alle in Real-Livestreamer haben bald ein Problem. Aber ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, lasst mich mit eurer Filmerei in Ruhe. Ich will nirgendwo zu sehen sein. Also sehr, sehr schwierig. Es gibt Argumente zu Gunsten von Monta. Der könnte damit Rechtsgeschichte schreiben, wenn er das hier durchzieht. Er sagt ja schon, ich will in Revision gehen. Also erstmal muss er in Berufung gehen, danach könnte er in Revision gehen. Genau. Seine Befürchtung, dass gar keine in Real-Life-Streams nachher mehr existieren, kann ich auch nicht so ganz teilen. Ich habe ja aufgezeigt, wenn Personen wirklich als Beiwerk hinten nur zu sehen sind, wirklich weit weg und die Landschaft im Vordergrund stünde, ja. Ja, aber Digga, aber Solmecke, Bruder, ich mache keine IRL-Streams und filme die Landschaft und zeige irgendwie, oh, da hinten in 100 Metern Entfernung läuft ein Rehort dahinter, ist noch eine Person. Das ist Beiwerk. Das ist ja Quatsch, Digga. Bei den Real-Livestreams kommen wir mit der Beiwerk-Nummer sowieso nicht hin. Aber so irrelevant, dass sie nicht zu erkennen sind. Das ist ja auch noch eine Nummer. So weit, dass man die gesehen hat. Dann, ja, dann kann mich aber auch niemand anzeigen, weil da nichts zu erkennen ist. Das ist Quatsch mit Soße. Das juckt mich ein Mensch, der in 300 Meter Entfernung zu sehen ist und mich anzeigt, weil man seine pinke Unterhose erkennt. Wenn man sich da nicht mehr erkennen kann, so, dann sind wir gar nicht mehr im persönlichkeitsrechtsverletzenden Bereich. Da muss man dann eben als Streamer ein bisschen aufpassen, wie man sich ausrichtet. Ja. Ist nicht mehr ganz der In-Real-Life-Stream wie bislang, wie ihn auch schon Tanzverbot bei irgendwelchen McDonalds so durchgezogen hat. Ja, einfach Kamera-Drupp und gib ihm. Aber trotzdem noch Möglichkeiten und es schützt die Rechte derjenigen, die vielleicht in solchen Videos nicht zu sehen sein wollen. Aber die Sache geht jetzt weiter. Wir werden es hier auf diesem Kanal selbstverständlich beobachten. Postet mal unten in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ich wollte Sollmecke nicht fronten. Alles gut. Ich bin einfach nur ein bisschen angepisst. Das ist die neue Welt. Wie immer. Da müssen wir gucken, wie kommen wir damit klar in Real-Life-Streams. Ja, also ich denke, Sollmecke hat das ganz gut gesagt. Wie gesagt, ich beuge mich dem Gesetz und werde natürlich dementsprechend, und das habe ich ja auch schon. Ich habe ja den VOD offline genommen, nachdem der richterliche Beschluss reingekommen ist. Aber ob das jetzt möglich ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber man muss halt sehen, dass man da dann eventuell dann Geschichte schreibt, weil auch diese ganzen Gesetze, die wir da gerade gesehen haben, auch gar keine Gesetze sind, die auf das Livestream ausgelegt sind. Sondern diese Gesetze wurden irgendwann vor 30 Jahren gefühlt eingegliedert in das Gesetzessystem. Die sind gar nicht mehr up to date, gehen gar nicht mehr mit der Zeit. Gefühlt von vor 300 Jahren. Und am Ende des Tages ist es so, Chad, okay? Ich kann nur eine Sache sagen. Am Ende des Tages ist mir diese Frau, diese Person vollkommen egal. Ich kenne die nicht, ich will die nicht kennenlernen. Sie ist mir völlig egal. Ich habe ihr dieses Angebot damals gemacht und es wurde abgelehnt und es kam direkt der richterliche Beschluss rein. Mir geht es nicht um diese Frau. Sie ist mir vollkommen egal. Mir geht es nicht um den einzelnen Fall. Es geht um das, was diese Frau, beziehungsweise was, wenn sie vor Gericht Recht bekommt, dann wäre es ein Präsidentsfall, der in Zukunft in jeglicher Art und Weise zu hundertfach negativ für mich Auswirkungen haben könnte. Das heißt, wenn, und da bleibe ich und dafür kämpfe ich, auch für meine anderen Kollegen, ich habe es versprochen, ist doch scheinbar egal, wenn der Richter zugunsten von ihr entscheidet, dann kann theoretisch gesehen keiner der IRL-Streamer weiterhin IRL-Content produzieren, hochladen an öffentlichen Plätzen, wo Leute im Hintergrund mal an der Kamera vorbeigehen. Dafür kämpfe ich. Deswegen gehe ich vor Gericht, deswegen würde ich auch Revisionen einlegen und, 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 weil es um viel mehr geht, als um diese eine Frau. Nur darum geht es mir.